Und das war's? Einige der Stufen fehlen. Natürlich müssen wir die Treppe reparieren, denn man kann da nicht hochklettern. Wenn zwei Stufen fehlen, kann man da nicht hochklettern. Unmöglich! So, Trittleiter und hier auch nochmal. Aha, wie könnte ich die Seile loswerden? Ich weiß es selber nicht. Wir brauchen auf jeden Fall eine Heckenschere. Im Laden gab's ja eine, die war eben nicht gut genug. Ich sag dazu mal gar nichts. Ich hab das Gefühl, diese ganzen Wimmelbildhelden sind alle irgendwie... Die sind voll Opfer. Okay, sonst hier nichts mehr. Nein, wir müssen irgendwie die Treppen hochkommen. Alle Treppen sind versiegelt. Aber wir haben ja zum Glück ein Hahnemblem bei diesem ewig brennenden Haus. Können wir das einsetzen. Und dann geht die Tür automatisch auf, wenn wir hier nun ein Hähnchen einsetzen. Soviel zum Thema Heckenschere. Natürlich geht, wenn man einen Hahn einsetzt, geht dann sofort eine Secret Door auf. Hätte ich wissen müssen. Entschuldigung. Bin ja nicht vom Fach. So. Mit der Schere, die gleich wieder verschwindet. Schneiden wir hier alles durch. Heckenschere ist weg. Dafür kriegen wir ein blödes Seil, was keiner braucht. Wir kriegen Bretter und wir kommen hier oben nicht rein. Wir können die Bretter hier wahrscheinlich bei der Treppe einbringen. Können dann hier nach oben gehen. Was? Schieße mit der Armbrust die Gegenstände hinter den Fenstern herunter. Was? Was? Gesperrt. Ich brauche etwas um das Fenster dort zu erreichen. Die Armbrust! Alter. Okay, ein Seil. Nein. Ein Seil geht natürlich nicht. Was soll man denn da? Soll man da lange angeln oder irgendwas? Hier ist eine Treppe. Da erreicht man das Fenster von hier aus. Da kann man hochgehen und dann einfach so zum Fenster rüber langen. Vollidiot. Ich habe da einfach manchmal keine Worte für. Was ist denn da jetzt runtergefallen überhaupt? Ein Enterhaken. Natürlich. Und ein Werkzeugkoffer. Hammer und Meißel. Mhm. Oh, was haben wir da? Eine der Kacheln fehlt. Natürlich. Natürlich. Die können wir hinterher wieder schön rumschieben. Wir haben einen Enterhaken. Natürlich. Natürlich haben wir das. Ein Enterhaken ist das einfachste, was es gibt. Und statt jetzt hier rüber zu klettern, ist es viel sicherer über den ganzen Hof. Manchmal habe ich einfach nur noch Schmerzen. Manchmal will ich einfach... Ja, okay. Wir sind jetzt im Biologie-Forschungszentrum. Ein Buch über Entomologie. Die Insektenkunde. Es fliegen auch auffällig... Generell auffällig viele Schmetterlinge hier überall umher. In Oxford. Auch zu Anfang an schon. Sind das die Überträger des Virus? Und hat vielleicht die... Äh... Die, die, die... Elenis Morissette hat die mit einem Schmetterling gespielt, der sie dann angesteckt hat? Oder was? So, hier noch eine Münze. Eine fehlt uns dann noch, wie es aussieht. Hier ist noch... Aha, eine Spritze. Würde ich auch mitnehmen. Eine gebrauchte generell immer. Hier kann ich eine Probe des Virus untersuchen. Wo genau soll ich die hernehmen? Oh nein. Der Tresor wird über eine Art farbcodiertes Sicherheitssystem kontrolliert. Ja, das ist ja ganz fein. Okay. Aha. Ich ahne Übles. Okay, was haben wir hier? Mhm. Eine Übersicht einiger Insekten. Muss das Apartment eines Biologie-Studenten gewesen sein? Das ist doch nicht das Apartment eines Biologie-Studenten. Und vor allen Dingen... Ja, geil. Wenn ich Biologie-Student bin, häng ich mir erstmal ein großes Schild hin, wo drauf steht... So in meinem Studentenzimmer erstmal so ein großes Schild, wo drauf steht ein Schreibschrift Biologie. Geil einfach. Das ist für Biologie-Studenten das Größte, wenn sie das Wort nochmal im Zimmer hängen haben. Ich... Ja. Achso, eine Probe des Virus. Natürlich. Klüps. 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 Bewege die sich drehenden Moleküle durch Klicken und ziehen in die korrekte Position. Jede Farbkugel muss sich neben einem Molekül derselben Farbe bewegen... Äh... befinden. Ähm... Erstmal hier ein bisschen auseinanderziehen, weil das hier grad noch ein bisschen... verwirrend ist. Ich fange mal mit Grün und Lila an. Haben wir sowas? Da haben wir das. Dann bräuchten wir Rot und Blau. Dann bräuchten wir Lila und Rot. Dann bräuchten wir Rot und Blau. Das will offenbar nicht... Das ist wahrscheinlich das hier das Richtige. Dann brauchen wir Lila und Rot. Dann brauchen wir Grün und Rot. Grün und Rot, Grün und Rot. Dann brauchen wir Blau und Rot. Dann brauchen wir Blau und Grün. Brauchen wir Blau und... Das wird wohl... Ne, das wird wohl das hier sein. Dann das hier ist das hier. Und das hier ist das hier. Gefunden. Genetisches Muster. Und können wir das jetzt einfach hier reinlegen? Oh nein. Blau. Na super. Ich freu mich sehr. Es ist das schönste Spiel der Welt. Ich... wow. Grün hier oben. Dann hier unten. Dann hier. Dann hier. Die Viruskombination... Äh, die Savekombination ist also der Virus, der hier umgeht. Das ist natürlich eine Logik. Äh, das ist äh... Oder hier wohnt einfach der Erschaffer des Virus. Wer sonst sollte sich denn diese Kombination hier einstellen? So, jetzt lila. Aber der Rest ist lila, ne? Den Rest haben wir ja schon. Hier, lila, 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 lila. Lila, 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 lila. Und wir kriegen einen ganz tollen Herzschlüssel. Ich freu mich sehr. Ich krieg ja schon Kammerflimmern vor lauter Freude. Ein Buch über Enten und die Insektenkunde. Ja, ja, wissen wir ja. So, ich verlese noch mal ganz kurz das Buch, was wir hier so alles haben. Mal gucken, was da jetzt dazu kam. Ist ja nicht so viel. Mit der Hilfe meines geschätzten Kollegen und Ingenieurs Jeffrey Roberts konnte ich den Tresor am Schlafzimmer entsprechend des Farbdiagramms verkabeln, mit dem die EU das Genom von Hornissen kartiert hat. Mutter wäre so stolz, wenn sie verstünde, was all das bedeutet. Ach, das Genom von Hornissen. Wir haben also die Hornisse eingesammelt, weil sie zufällig dann später der Code für den Safe ist. Natürlich! Das liegt ja auf der Hand, diese Logik, dass man das vorher schon weiß. Dies sieht aus wie das Haus eines Biologiestudenten der Oxford University und ein Genetikversessener, wie ich es bin. In seinem Notizbuch steht, dass das Passwort für den Wandtresor im genetischen Code einer Hornisse versteckt ist. Ich bin froh, dass es kein Känguru war oder ein Pottwal. Aber den hätte man wahrscheinlich auch noch gefunden und mitgenommen. So, was haben wir denn sonst noch? Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Wir haben jetzt den Schlüssel hier rausgeholt, sonst gibt's hier gar nichts, ne? Ich weiß immer noch nicht, was wir mit den Schlüsseln machen. Wie komm ich denn jetzt wieder? Ach da. Was machen wir denn mit den Schlüsseln? Hm. Hm. It's me a razzle, ehrlich gesagt. Eine der Kacheln fehlt. Ich nehm gleich meinen Tipp. Einfach nur, einfach nur so. Weil, ach, ja warte, die Trittleiter, die können wir noch einsetzen. Ähm, und zwar... Wir gehen nochmal die Treppe hoch. Der Popo kann ich nichts einsetzen. Da brauchen wir später nochmal einen Edelstein oder irgendwas. Vielleicht finden wir ja hier einen. Was ist denn das? Eine Pinzette. Na, da freu ich mich ja. Dann kann ich ja die Hose aufmachen. Das Leck scheint die Wand durchnässt zu haben. Hammer und Meißel. Spachtel. Willst du mich verarschen? Er schießt ja auf alles. Scheint, als hätte ich im Badezimmer etwas kaputt gemacht. Aha. Ein rotes Juwel in... Versteckt hinter einer Kachel, hinter einer hohlen Kachel im Badezimmer, wo sie zum Glück keine Feuchtigkeit sammelt in diesem Scheißhaus hier. Oh, das ist, glaub ich, eh egal. Wir setzen einfach mal den Stein ein. Uuuuh. Und sofort ein Laserbeam aus dem Brustkasten markiert die Stelle. Aha, unter der Farbe ist etwas. Wir spachteln die Farbe mal ab. Natürlich. Herz. Äh, piek mein ich. Herz. Und Karo. Ein Schlüsselloch in Form einer Kreuzkarte. Wo findet man denn das Ding jetzt? Pinzette und Hammer und Meißel. Irgendwo muss hier noch was sein, aber... Bestimmt oben hinter dem Bild. Irgendwie müssen wir doch da rankommen. Kann ich mir vorstellen. Mit dem Spachtel geht's ja nicht. Das haben wir schon probiert, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht mit Hammer und Meißel. Ach, Pinzette vielleicht. Warte mal. Ah, sieh, mein Name. Ein Kreuzschlüssel. So. Hätte sich Jesus sehr gefreut, wenn er einen Kreuzschlüssel gehabt hätte. Aber leider kamen die Wimmelspiele erst später auf den Markt. Ich guck mal hier so lange rein. Kachelstück. Alter, es ist doch einfach zum Heulen. Der Super Secret Room, weißt du? Mega abgeschlossen mit vier versteckten Schlüsseln und so weiter. Und da drin befindet sich ein pissiges Kachelstück. Aber der Rubin ist einfach hinter der losen Fliese im Bad. Ich, ja, ich, ja, nee. Ja, nein. Ja, vielleicht. So, wat? Klicke auf zwei Kachelstücke, um ihre Position zu vertauschen. Sobald eine Kachel korrekt platziert ist, erscheint sie heller und kann nicht mehr bewegt werden. Ich möchte mich auch nicht mehr bewegen, langsam. So, das ist schon mal richtig. Aha. Aus der Perspektive hier ist das ein bisschen schwer. So. Nein, ist wahrscheinlich hier unten. Ja. Äh, das hier gehört da oben hin. Das hier könnte hier sein. Nee, offenbar nicht. Wahrscheinlich hier. Ja. Dann, das hier muss da hin. Das hier muss da hin. Das sieht alles aus wie von unten. Warte mal, das, nee, ach halt, weg. Das hier gehört doch da hin. Nicht, dann da. So rum, so rum. Ich sag nichts, ich sag nichts. Bitte, sag du's, sag du's doch einfach. Sag du's doch einfach, sag du's doch einfach laut heraus. Sag doch einfach laut heraus. Was dir durch den Kopf geht gerade. Warte mal, Hammer und Meißel haben wir. Möchte ich nur mal ausprobieren, weil das blinkt die ganze Zeit. Natürlich. Großer Schraubenschlüssel nehmen wir natürlich mit. Einfach nur, weil's geblinkt hat die ganze Zeit. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Da war klar, dass noch irgendwas kommen muss. Und wir gehen jetzt mal ganz kurz hier hin. Und äh, versuchen uns mal an... Ich muss nur das Ventil lockern. Ah, natürlich, natürlich. Ich find's geil, dass das Feuer auch so'n Health-Balken hat. Das ist ein richtiger Bosskampf gerade. Richtig Boss-Battle. Dödödödödödödödödödödödödödödödödödö. Feuer appears. So, wir löschen einfach mal die ganze Brücke, weil ja sonst gibt's keine Feuerwehr, die holen ja mal Zivilisten raus, aber schicken gar keine Feuerwehr rein. Wobei, kann ich verstehen, obwohl die hätten ja Schutzanzüge gegen Viren. Warum schicken die ja niemanden rein, um irgendwen zu retten? Die fliegen mit dem Elektro drüber und sagen Tschau. Da ist doch irgendwas nicht richtig. So, der letzte Boss ist bekämpft in einem epischen Battle. Was? Jetzt kommen wir dann nach unten. Ich guck erstmal hier rein. Ah, ja, so sieht das Auto aus. Es ist nicht nur ausgebrannt, es ist jetzt auch noch vollkommen ausgerostet, weil es hier schon seit 10 Minuten rumsteht. Ein alter Angelkasten, verschlossen. Wir haben nichts mehr im Inventar. Ich fühle mich nackt und hilflos. So, ich geh mal nach unten, ganz kurz, um zu gucken, was da unter der Brücke liegt. Alter, der... Ich finde einfach an diesem Spiel, das muss ich ganz kurz sagen, es tut mir leid, aber ich finde einfach, der Typ ist das Beste am ganzen Spiel. Das beste Feature. Das allerbeste Feature. Und das Schönste ist, der steht unter einer Brücke, wo hier kein Licht durchfällt, natürlich, aber der Schatten wirft nach hinten, von der Brücke weg. Nicht einfach unter die Brücke, weil das Licht von hinten kommt, nein, für ihn kommt das Licht unter der Brücke her. Oh, was ist das denn? Aha. Gulli Kachel X. Und hier ist die Tüte Chips, die war... Jetzt klauen wir ihm das Geld auch noch, dem Obdachlosen. Jetzt haben wir sieben und wir haben Gulli Kachel X. Das ist der Nachfolger von Akte X, das ist Gulli Kachel X. Die Schauspieler waren zu teuer, deswegen mussten die zurückschrauben. So, wen haben wir denn hier? Also wir wissen, wer es ist, aber ich freue mich schon drauf. Wir brauchen überraschenderweise Vogelfutter. Aber jetzt haben wir sieben Münzen, hätten wir nicht gedacht, oder? Vogelfutter, wie unüblich. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Sie wird in den Park geführt. Theresa läuft durch den Park. Ich brauche eine Laterne, um zu sehen, wo ich hingehe. Im Gegensatz zu einem sechsjährigen Mädchen, die einfach so in die Dunkelheit geht, bin ich nämlich eine Muschi. So, wir kriegen noch eine Münze, ich freue mich sehr. Ein Gulli mit einem Schlüssel, ein Angelkastenschlüssel. Und wir kriegen noch ein Gulli Air. Gulli Airs Reisen, drehen wir hier gleich nach. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wir gehen wieder zurück. Und schauen wir mal ganz kurz zu dem Gulli. So, Orfox University. Mal gucken, was da jetzt wieder drin ist. Ich freue mich sehr. Tatsächlich eine Angelroute. Ich habe das neulich erst gesagt, brauchen wir vielleicht eine Angelroute. Wir brauchten einen Enterhaken, jetzt haben wir trotzdem eine Angelroute bekommen. Können wir am Gulli angeln? Natürlich nicht, da liegt nur eine Angel drin im Gulli, wo ja so eine Angel immer hingehört. Alle Profi-Angler verstauen ihre Angeln nach dem Angeln im Gulli, sachgemäß. So, Angelkastenschlüssel und Angelroute, na sowas. Ich gehe jetzt mal zurück zum Automaten. Dort holen wir uns ein wenig von dem Vogelfutter. So, acht, ach, wir brauchen wirklich acht. Jetzt muss ich acht mal. Pfff. Pfff. Nein. Das ist der größte Action-Teil hier am Spiel. 17. Vogelfutter. Vogel, 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 Was passiert eigentlich, wenn man die falschen Knopf drückt und dann kein Geld mehr hat? Möchte ich mal wissen. Tauchen die Münzen dann wieder auf? Würde mich echt mal interessieren.